Servus Freunde, heute nur ganz kurz von mir eine App-Vorstellung und zwar handelt es sich um das Tool AppCleaner. AppCleaner ist eine super Sache, ist gratis und hilft euch dabei eure SSD oder eure Festplatte in eurem Mac sauber zu halten, indem es einfach, wenn ihr was installiert, alles was dazu gehört mit deinstalliert. Ist eine feine Sache, wir reden nach dem Intro drüber, bis gleich. Vor allem Neuansteiger, wie ich einer bin, fragen sich natürlich am Anfang, wie installiere ich was vernünftig und wie deinstalliere ich das wieder. Die Installation von Programmen ist mir ohne irgendwelche Hilfe leicht gefallen, das hat einfach funktioniert, aber beim Deinstallieren musste ich auch kurz googeln, bin dazu auf die Apple Super-Seite gegangen und dort werden mir zwei Möglichkeiten angeboten. Zum einen, ich gehe ins Launchpad, klicke eine App lang an mit der rechten Maustaste und überall, wo ein kleines X an der App erscheint, drücke ich da drauf und dann ist die App deinstalliert. Die andere Möglichkeit, die auf der Super-Seite angeboten wird, ist, dass ich einfach über den Finder gehe, in meinen Programmordner, das zu deinstallierende Programm schnappe, den Mülleimer reinziehe und weg ist es. Tja, so einfach kann es sein, da freut man sich doch, vor allem wenn man von Windows kommt, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hinterlassen fast alle Programme Spuren auf dem Dateisystem, in irgendwelchen Ordnern sind irgendwelche kleine Dateien drin, die halt mit der Zeit wirklich Platz fressen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man für 256 GB Speicherplatz, also SSD Speicherplatz, bei Apple 230 Euro bezahlt, keine gute Idee. Ich habe mich da ein bisschen umgehört und habe schlussendlich ein tolles Tool gefunden, AppCleaner. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen und wir gehen es mal kurz durch, weil macht wirklich Sinn, spart einem viel Ärger und Geld am Schluss und vor allem Fischplattenplatz. Wir gehen direkt auf den Desktop, sehen uns gleich wieder, bis gleich. Natürlich habe ich euch den Link zu dieser App in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Und zwar nochmal ganz kurz, wie man normalerweise Apps auf macOS löscht. Und zwar hat man die Möglichkeit, über das Launchpad auf irgendein Icon einen langen Linksklick zu machen. Und dann fangen die an, so lustig zu wackeln. Und überall, wo ihr jetzt hier ein X seht, das sind Programme, die über den App Store installiert wurden. Und mit einem Klick auf das X verschwindet das Programm und ist deinstalliert. Die zweite Möglichkeit wäre dann direkt über den Finder. Man geht in den Ordner Programme, sieht hier alle Programme, die ihr installiert habt. Möchtet ihr jetzt ein Programm löschen, dann schnappt ihr es, zieht es in den Papierkorb. Und in dem Fall möchte er jetzt noch mein Passwort haben, das kann er haben. Und schwupps ist das Programm weg. Irgendwann leert ihr den Papierkorb dann noch mit rechter Maustasche Papierkorb leeren. Und dann ist es auch endgültig verschwunden. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass halt doch immer noch Dateien übrig bleiben. Vor allem Library-Dateien und andere eklige Dinge liegen halt kreuz und quer irgendwo auf der SSD rum. Und es kostet halt einfach über längere Zeit viel Speicherplatz, der komplett unnötig ist. Abhilfe schafft da, wie gesagt, das Tool AppCleaner. Und damit kann man ganz, ganz einfach Dateien deinstallieren und zwar ordentlich. AppCleaner hat einfach nur ein einfaches Fenster, das ist komplett kinderleicht zu bedienen. Ihr öffnet die App, öffnet den Finder, geht in euren Programmordner rein, schnappt euch eine App, die ihr deinstallieren wollt. Ich nutze jetzt mal den VLC und zieht sie in das Fenster von AppCleaner rein. Und schwupps zeigt er euch alle Ordner und Dateien an, die zu VLC gehören. Also im Prinzip, was ihr unter VLC seht, das hier, das hier, das und die zwei, gehört da noch mit dazu und AppCleaner erkennt das und löscht das dann gleich mit. Im Normalfall wäre durch die alte Methode VLC in Papierkorb ziehen, die Hauptdatei gelöscht, der Rest wäre aber noch irgendwo im Dateisystem hängen geblieben und kostet euch einfach nur wertvollen Speicherplatz. In dem Moment seht ihr hier, sind die Dateien noch relativ klein, da mag man drüber lachen, aber bei manchen Apps sind die auch recht groß und werden auch über die Dauer der Benutzung der App immer größer. Das war die erste Möglichkeit, wie man mit AppCleaner Programme deinstallieren kann. Es gibt noch eine weitere und zwar, da braucht ihr den Finder nicht dazu. Da öffnet ihr einfach die App AppCleaner und klickt hier oben rechts auf das Symbol und schwupps zeigt er euch alle installierten Programme an. Und ihr wählt einfach mit einem Mausklick auf das zu deinstallierende Programm aus, welches ihr gerne löschen möchtet. Ich mache das jetzt wiederum mal mit VLC, klack und kriegt dann automatisch das gleiche Fenster. Ihr könnt sagen löschen und es sind wirklich alle Dateien weg. Eine dritte Möglichkeit gibt es dann noch, die bevorzuge ich, weil es einfach den Weg erspart, AppCleaner erst zu öffnen. Und zwar könnt ihr in den AppCleaner Einstellungen unter Smart Delete die Smart Delete Funktion einschalten und somit erkennt AppCleaner nach dem Schließen auch automatisch, wenn ihr Apps deinstallieren möchtet, schaltet sich dazwischen und tut sein Werk. Das testen wir jetzt auch gleich mal. Ich gehe also wieder in Finder, möchte gern VLC löschen, schiebe es wie gewohnt in den Papierkorb und schwupps öffnet sich wieder AppCleaner und sagt zu mir, jawohl, du willst was löschen. Der ganze Quatsch hier unten gehört dazu, den lösche ich bitte mit. Und ihr drückt hier einmal auf Löschen und die Datei oder das Programm oder die App ist weg. Und zwar ordentlich sauber mit allem, was dazugehört. Tja, und das war schon das ganze Hexenwerk. Ihr seht, es ist total simpel, es ist kostenlos und es funktioniert wirklich tadellos. Von daher, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.